So, wir sind mal wieder am Leverkusener Busbahnhof, hier sind gerade Busse, einmal 162, einmal die 2.1 ist da, die 2.8 nach Wiesdorf fährt jetzt gerade hier weg, wer kommt jetzt gerade hier? So, 2.8, 2.1, der SB 23 fährt jetzt ab, SB 23 nach Monheim, Monheim, Wingsbumster, Wingsda kommt jetzt, der kommt gerade frisch aus dem Betriebshof, eigentlich fährt der Monhandelsverkehrsgesellschaft, aber der fährt jetzt gerade, wupsi, 2.4 nach Reuchenberg, Wagen 118, hier steht ein Biedenhofer, Sonobus, und ja, mehr ist hier an einem Sonntag, glaube ich, gerade nicht los, aber hier kommen alle paar Minuten Busse oder so, keine Ahnung. Ist aber auch egal, da ist jetzt der 122er, da ist die 2.1er von eben. Ja, wer hat eine Vollbremsen gemacht, das kennt man noch, da denkt man sich mal, ja, Fahrer ist ein bisschen zu schnell auf den Busbahnhof gefahren, kennt man noch, MAN. Ähm, ja, hier ist halt einigermaßen was los, so, da stehen noch Busse und so, ja. Und jetzt müsste eigentlich gleich noch der Schienersitzverkehr kommen, also wir gehen mal hier hin, da hinten steht auch noch ein Bus, da steht ein Bus, da steht ein Bus, da steht ein Bus, der ist von Wiedenhoff, keine Ahnung, was der hier tut. Da ist die 233er von eben, Entschuldigung für den Finger, ähm, ja, das soll jetzt hier ein kleiner Einblick gewesen sein, vom Busbahnhof viermal, ja, also ich würde sagen, das war es auch, und hier ist halt auch nicht jetzt allzu viel los, obwohl doch, das war die 2, hä, das war die 2 und von eben, schlapp, was labere ich, he, he, ach ja, komm, jetzt müsste gleich noch ein Bus kommen, hier irgendwo, keine Ahnung, also tschüss.